Hola, liebe Freunde, einen wunderschönen Nachmittag aus Mittelamerika. Wir sind vorm traumhaften Winterwetter aus Deutschland geflüchtet und entdecken gerade Panama. Die Anreise war unkompliziert. Zubringerflug von München nach Frankfurt. Von dort ging es mit einem Airbus A340-300 über die Bretagne raus auf den Atlantik. Gut eineinhalb Stunden vor der Landung dann noch ein traumhafter Blick über die Dominikanische Republik und das angrenzende Haiti. Bevor es runterging auf den Flughafen von Panama City. Die Regenzeit hier dauert geschlagene acht Monate, geht von April bis November. Deshalb ist alles unheimlich grün. Der Urwald grenzt direkt an unser Hotel. Die Leute sprechen entweder Spanisch oder ein ziemlich deftiges American English. Ist auch klar, denn die USA waren sehr prägend für das Land. Offizielle Währung ist der US-Dollar. Die Amis bauten und betrieben bis 1999 den berühmten Panama-Kanal, dem wir selbstverständlich auch einen Besuch abstatten werden. Dann schauen wir uns das lebendig trendige Panama City mit seinen stattlichen Wolkenkratzern an und besuchen noch vor Weihnachten die Embera-Indianer. Ein indigenes Volk, das sowohl in Panama als auch in Kolumbien lebt, zu dem das Land bis 1903 gehörte. Also, Katrin und mir wird hier so schnell nicht langweilig. Wir melden uns immer wieder mal von unterwegs. Euch eine schöne Vorweihnachtszeit.